ja hallo mal wieder ein kleines video aus der werkstatt und zwar dieses mal zum thema ein wintern einer vespa weil das ja ein thema ist das eigentlich jedes jahr um die jahreszeit immer wieder hoch kommt draußen wird es langsam kalt die ganzen vespa fahrer und ich bin da keine ausnahme denken darüber nach ihr fahrzeug wegzupacken über den winter aber was ist dabei zu beachten weil wie gesagt jedes jahr gibt es immer wieder die gleichen fragen dazu und deswegen jetzt mal hier ein kleines video um da einige der standardfragen zu beantworten eigentlich geht es ja bei der ganzen einwinter rei nur darum dass man ein roller hat der dann im frühjahr auch wieder problemlos anspringt jetzt ist es für eine technisch intakte vespa normalerweise kein problem am halbes jahr in der ecke zu stehen aber man weiß ja wie es ist dann hat man im frühjahr schwierigkeiten verstopfter vergaser schlecht geworrener treibstoff all diese geschichten das ist leider auch mit den heutigen treibstoffen ein immer größeres thema und deswegen der erste punkt ist eigentlich ja den roller voll tanken auf jeden fall weil die vespa eben stahlblechtanks haben wenn man die jetzt nicht voll tankt besteht natürlich die gefahr dass es im tank anfängt zu rosten aber man sollte halt keine ethanolhaltigen treibstoffe tanken und das ist heute schwierig weil auch superplus benzin ja mittlerweile bis zu fünf prozent ethanol enthalten darf ist im normalen alltagsbetrieb kein problem aber meine empfehlung aus der erfahrung ist die 100 oktan treibstoffe zu tanken für die winter einlagerung weil die im normalfall ethanol frei sind ob es jetzt das zeug von shell oder aral oder irgendeiner anderen firma ist ist egal es geht halt eben da einfach nur darum die zündfähigkeit über die winterpause zu erhalten sollte man natürlich den roller vor der winterpause noch mal ordentlich warm fahren also ich habe jetzt die vespa heute hier die werkstatt gefahren das sind von mir zu hause hierher knapp 40 kilometer das ist also kein allzu großes problem dass der roller dann warm ist wer keinen so weiten weg hat oder den roller bei sich zu hause unterstellt halt wirklich mal 20 25 kilometer fahren dass der motor noch mal richtig warm wird das kondenswasser rausgeht dass auch das öl noch mal schön überall umeinander geschmissen wird einfach dass ja das eben an der seite schon mal sämtliche gefahrenquellen eliminiert sind sprich thema kondenswasser und thema innenrost anschließend hat sich dann bewährt den roller bei geschlossenem benzinhahn laufen zu lassen einfach so lange bis er ausgeht einfach dass der ganze sprit aus dem vergaser raus ist dann kann nämlich der vergaser nicht mehr so leicht zugongen über den winter weil das ist ja immer das große problem dass der treibstoff verdunstet und das öl zurückbleibt seitdem sollte man die reifen noch kräftig aufpumpen ungefähr ein bar eineinhalb bar über den normal druck dabei auch das reserverad nicht vergessen einfach um standplatten und verformungsschäden zu vermeiden im grunde war es das dann auch schon sehr viel mehr ist eigentlich nicht sinnvoll zum einlagern einzige was noch bleibt ist eventuell das thema zudecken die fahrzeuge die bei mir hier in der werkstatt stehen sind normalerweise zugedeckt mit alten leintüchern das ist auch recht zu empfehlen einfach aus dem grund dass ein leintuch nicht die er es bildet sich kein kondenswasser darunter das ist atmungsaktiv wie man so schön sagt ist natürlich nur dann praktikabel wenn das fahrzeug trocken und unter dach steht im freien draußen braucht man eine normale abdeckplane und sollte da dann aber bitte eine hochwertige verwenden nicht irgendeine billige plastikplane sondern es gibt extra atmungsaktive abdeckplanen für draußen die man dafür auch benutzen sollte weil ansonsten besteht eben immer die gefahr von kondenswasser bildung die dann natürlich auch zu rost problemen führen kann jetzt ist meine px ein einfacher ausgestattetes modell ohne batterie wenn ihr eine px mit batterie habt natürlich auch die batterie ausbauen und idealerweise an ein erhaltungs ladegerät anschließen über winter was man nicht tun sollte ist die batterie in die in der wohnung lagern einfach aus dem grund eine batterie ob sie jetzt am ladegerät hängt oder nicht wird wird immer ausgasen und einiges von den gasen die da rauskommen sie nicht gerade sehr gesundheitsfördernd also sollte man sich nicht antun die im wohnraum zu lagern auch wenn eigentlich ein warmer lagerplatz besser ist aber eine normale frostsichere garage oder keller ist völlig hinreichend außerdem ist die einlagerei natürlich auch immer eine gute gelegenheit den roller vorher noch mal gründlich zu waschen habe ich jetzt in diesem fall auch getan es ist jetzt schon zwei tage her trotzdem lasse ich den roller jetzt hier in der verschlossenen garage erst einmal noch mindestens zwei drei tage komplett offen stehen so wie ihr jetzt hier seht top case auf sitzbank hoch anschuhfach auf einfach damit er wirklich austrocknen kann das ist nämlich tatsächlich auch schon passiert das durch eingesperrte feuchtigkeit es angefangen hat zu schimmeln in dem fahrzeug ist mir selber schon passiert es ist auch anderen roller fahrern schon passiert wenn ihr die möglichkeit habt den roller gründlich auszutrocknen vorher dann macht das ist einfach auch ja das gründen der sauberkeit und des erhalts des fahrzeugs einfach vorteilhaft sehr viel mehr gibt es zu dieser thematik jetzt in bezug auf die vespa eigentlich nicht zu sagen was ich jetzt hier erzählt habe gilt eigentlich für alle klassischen zweitakt fahrzeuge insbesondere halt natürlich vespas aber auch klassische mopeds völlig egal ob biaggio bravo oder greidler zünder pergoles puch was auch immer auf die spezialitäten moderner roller bin ich jetzt bewusst nicht eingegangen da wird es in den nächsten wochen noch ein extra einlagerungsvideo geben weil tatsächlich sind da doch einige ja ich sag mal kleine aber bedeutende unterschiede vorhanden die man dabei beachten sollte wenn man das fahrzeug wirklich sachgerecht einwintern möchte deshalb dazu dann ein extra video das macht die einfacher also dann tschüss